Ich habe seit einem Monat ungefähr das Zehnfache verdient, wie die meisten wahrscheinlich überhaupt in ihrem ganzen Leben schon verdient haben. Es ist ja nur YouNow, Leute. Dazu kommt YouTube, dazu kommt der 400-Euro-Job und was weiß ich alles noch. Wenn ihr euch vielleicht irgendwie zusammensetzen könnt und euch irgendwie zusammen als eine Gruppe von Leuten das vielleicht leisten könnt, mich da auf die Art und Weise zu unterstützen, den Baustahl und auch das Schweißgerät und oder die Elektroben benötige ich...